P.A.C.E. Kommen wir auch mal gleich zum ersten Contest, und zwar zum Beatbox-Contest. Deswegen würde ich einmal die Beatbox sagen. Toni, du haufst jetzt trotzdem was vor. Bist du denn ready? Okay, 33 Sekunden, lauf mal. 10 Sekunden... 1 Sonst in der Stat Aaale! азprongebung! Alles! Alles! So, ich muss dir sagen, Dominik, erstmal größer Respekt verloren, dass er hier hochkommt. Das passt nur auf die große Hand. Und Dominik, du hast hier jetzt quasi gerade deinen Gegner mehr, das heißt, du bist automatisch eigentlich nur Beatbox-Champion, ne? Ist ja klar. Aber selbst wenn du da mitgemacht hätte, hätte er es schwer. Aber möchtest du trotzdem noch einmal so 20 Sekunden Gas geben? Ich glaube, die Leute wollen dich noch mal hören, oder? Gibt es noch mal eine zum Besten? Okay, deine 20 Sekunden, lauf mal! Ich muss dir sagen, ganz klar und sehr stolz auf jeden Fall einer der besten Beatboxer, die ich mitgehört habe, dann war die ganze Jazz-Party. Neuer Beatbox-Champion aus Bremer-Pöhrling. Groß Applaus für Dominik! Werden wir gleich Fokus gemacht haben, später kompensieren, machen wir hinten ein Beatbox-Video mit seinem Handy, okay? Alles klar? Das finde ich sehr cool. Bis gleich! Gute Leistung, sehr geil! Wir halten uns gut zum Nachrichten! Schiff und Nachrichten! Wir halten uns gut, wir haben uns gut zum Nachrichten!